Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Sehe ich nicht gut aus als Jarl, Leute. Jarl Ava. In der letzten Folge haben wir uns ja die Augen geschminkt und Haare gefärbt. Und jetzt gehen wir mal weiter und erstatten Rand wie Bericht, so wie die Quest es vorsieht. Ah, wir haben aber noch zwei Fähigkeitspunkte. Müssen wir nochmal gucken, in welche Richtung wir gehen. Eigentlich wollten wir ja hier runter, wa? Meuchelmord, das find ich ja ganz cool. Nahkampfschaden ist auch gut. Alter, wie viel das hier einfach gibt. Und mehr Energie ist auch geil. Da sind wir schon auf 39. So. Ah, du hast es hierher geschafft, Jarlbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die Besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar Besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra, Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnas sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Ich traf ihn bereits. Reda. Ein seltsamer Jüngling. Aber irgendwie angenehm. Er wird eine gute Gesellschaft abgeben, denke ich. Ich freue mich, ihn besser kennenzulernen. Bekanntschaft erhöht. Weiler, okay. Kartenmacher. Hüteschneider. Ihr seid noch nicht lange in Englerland, oder? Ich sehe auf dieser Karte, dass ihr Mercia kaum bereit seid. Neuankömmlinge? Ob Walke unter ihnen ist? Ich will aber mal kurz die Karte angucken. Ja. Wir arbeiten noch daran. Ich dachte, ich werde angegriffen, Leute. Ich dachte, ich werde angegriffen. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Seh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ist immer auch schwierig, ey, wenn du da Leute auf deine Dings kriegst. Abgeschlossen. So, ja. Als nächstes sollten wir auf jeden Fall das machen. Erzähl mir von Granterbrück, Schirr. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommer her genannt wird, lagert nördlich von Granterbrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Ja, da werden wir jetzt nächstes hingehen. Euer Verbündete. Wie auch immer man das ausspricht. Ich spreche sofort auf. Gut. Und möge dich Frejas Segen begleiten. Sei unbesorgt, Eivor. Die Siedlung ist in guten Händen. Das hoffe ich doch. Wir haben jetzt aber wieder viele neue Leute dazu gekriegt. Aber noch können wir halt auch nicht mehr, ähm, Dingsbums, äh, angreifen. Von daher. Noch können wir nicht mehr, äh, Kloster blündern. Die sind alle zu stark. Schön, dich zu sehen. Hast du was Neues für mich? Endlich mal jemand verlässliches, der ordentliche Arbeit macht. Vertrag der Hermes-Wikinger-Kodex. Ein ehemaliger Hermes-Wikinger hat seine Bruderschaft verraten und sich von den Göttern abgewandt. Der Kodex der Hermes-Wikinger ist sehr streng bezüglich der Bestrafung, die er dafür verdient hat. Achso, ich soll den Töten, den Wikinger. Okay. Erlege das Monster. Eine Kreatur. Schalte das Ziel aus. Reda will, dass diese Person stirbt. Den Grund dafür hat er nicht erwähnt. Aber Reda kannst du vertrauen, oder? Das mit dem Wikinger finde ich aber auch cool. Und ich nehme einfach mal an. Sie scheren sich nicht um die Gesetze des Landes. Und sie stinken. Und sie stinken. Ich würde es ja selbst erledigen, aber irgendwer muss hier stehen und beschäftigt aussehen. Was bietest du heute an? Das ist ja immer noch derselbe Quark. Ne. Ich glaube, der bezahlt damit Opalen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Also dann, leb wohl. Das ist kein Kamp. Alter, was ist denn da los? Lotus! Lotus haut einfach mal eine 5-Wars-Up-Bombe raus. Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Pew, pew! Pew, pew! Dankeschön, Alter! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Das kam unerwartet! Vielen, vielen Dank! So, Leute, ich muss aber noch kurz warten, bis ich da hingehe, bis die Emotes durch sind. Eins kommt noch. Ach, guck mal! Die Gorka hat auch was gewonnen. Äh, bekommen. So. So. Evo, wie schön, dich hier zu sehen. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Walke, liebe Walke, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur im Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks, sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst. Die Menschen sind glücklich. Und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den starnigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Tragen wir doch mal das Zeug dahin. Immerhin, Leute, eine Seherin. Malka! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Na, das hört sich doch gut an, Leute. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randweh, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Malknochen, Gold. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Du hast viele Menschen hierher gefühlt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Die Frage ist, wo sie hin will. Wo kriegt sie denn jetzt hier ihren... Seibe Eivor, ab Meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Siehst du? Dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind wie sie immer waren. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber... Das laut auszusprechen fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Mach ich. Deine Wahlknochen und was du hier so alles hast. Hier sieht es sehr gemütlich aus mit den Knochen da überall. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft. Ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Ah, guck mal. Und ich musste das nicht mal aufbauen oder was? Doch, musste ich. Die Seherin kann dir helfen, deine Sinne zu erwecken und seltsame Visionen einzutauchen. Also Drogen nehmen, Leute. Bei ihr kann man Drogen nehmen. Aber hier sehr sympathisch, hier mit den ganzen Knochen und Tod und... Lassen wir sie mal. So, ich würde sagen, wir gehen mal in den Crest-Log. Und gucken mal. Wir wollten jetzt eigentlich mit dem Anführer des Sommerherrs sprechen. Oder wir machen noch neben Crests. Das ist jetzt die Frage. Hey, wir waren ja gerade bei... Wir waren ja gerade bei... Äh... Die Hauptstory zu machen mit dem großen Herr. Dann machen wir das jetzt erstmal. Folgen wir erstmal der Crest mit dem großen Herr. Ich hab ja gesagt, wir wollen so ein bisschen... Ja, so ein bisschen, äh... Einen grünen Faden, wollte ich gerade sagen. Einen roten Faden reinbringen. Und das machen wir auch. Das machen wir auch. Aber ich seh grad mein Boot. Wo ist es? Ah, da links. Hier unten ist auch noch was dazu gekommen am Hafen. Das zählt auf jeden Fall. Schiffswerkstatt. Gut Ruhen und gut Mund helfen dir dabei, dein langen Schiff zu verändern. Okay. Ist eigentlich auch geil. Na dann. Fahren wir mal im tiefsten Regen. Ab in den Süden. der Sonne entgegen. So. Sie lagern nördlichst von her in den Ruinen jenseits des Flusses. Flussfolgen. Wieso drehen die jetzt um? Da muss ich hin. Also eigentlich muss ich rechts fahren. Fahr ich jetzt richtig? Ja. Ah, okay. Manchmal fahren die nämlich auch echt komisch. Jetzt Segel setzen! Können wir mal sehen? Wir sollen mehr sehen, Leute. Ich könnte echt kotzen. Hatte so Lust auf Assassin's Creed. Ich habe gestern gekauft. Lässt sich nicht starten. Hängt im... ... ... ... ... ... Oha! Echt? Da habe ich ja Glück gehabt, dass es bei mir nichts ist. Guck mal, wir sind schon da. Nice. Wie ist das hier mit dem... ... ... ... ... ... ... Nehmen, den Raubzug? Mal markiert lassen. So, hier oben haben wir noch. Da werden wir mal kurz anhalten, Leute. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Ne, aussteigen! Ne, aussteigen! Aussteigen! Hallo! Das Wasser sieht voll hübsch aus. Guck mal. Mit dem... ... 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 So, jetzt probieren wir noch mal hier kurz hier. Der Prolly meinte, ich kann das hier abbauen. Hallo, Blade. Wir kommen im Stream. Jetzt geht das. Guck mal. Jetzt geht das. Hast du recht. Das letzte Mal ging es nicht. Was war das für ein Geräusch, dieses... ... ... ... Ich will eigentlich ja nur schnell hier den Posten hier angucken. Da drüben liegt was. Ist das Gold da drüben? Lass uns gleich mal angucken. ... ... Zahm Hey, das sind nur einfache Dinger. Köcher voll. So, hier war aber noch irgendwo. Ach, guck mal, da unten ist das, wo ich hin soll. Ah. Das heißt, wir sind hier eh richtig. Aber hier ist noch was. Guck mal. Guck mal. Mh. Lecker Schmecker. Irgendeiner hustet hier rum. Aber da sitzen die Männer schon. Na? Was geht? Ich bin die Neue. Ich brauche noch ein paar Soldaten. Wo ist er? Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Elvor. Vom Rabenclan. Den Namen kenne ich. Du hast Ragnas Söhne geholfen, den König von Mercia zu stürzen. Sei gegrüßt. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tassoma wurde Granterbrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Das tut mir leid zu hören. Klingt nach einem Hinterhalt. Na her. Sie tauchten mitten in der Stadt auf? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jalskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruin. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fenst sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Das Lied von Soma. Okay. Hinweis auf den Ohren. Finde und erreiche Soma Langschiff. Das ist ja schon da hinten, oder nicht? Ich könnte da eigentlich auch hinfahren, aber... Jetzt habe ich immer den Drang, das Zeug hier zu looten. Proli, das hättest du mir nicht sagen sollen. Wofür brauche ich denn das Eisenerz eigentlich? Beim Schmied, oder? Boah, was ist das da für eine Festung da drüben? Das ist ja schon wieder interessant. Da kribbelt es schon wieder in den Fingern, das zu looten. Jungs, kommt mal weiter ran hier. Ich mache hier jetzt die Finger schmutzig hier, dreckig, nass meine ich. Ah, hast du dir gedacht. Wir müssen das jetzt schon mal ein bisschen, äh, real halten. Anstatt rüber zu springen. Ach, Mensch, ey. Achso, das meinte der, das Dorf da drüben? Achso. Jetzt schwimmen noch Tote im Wasser rum. Einen, einen habe ich gerade überfahren. Sieht aus, als wäre Ragnarök nach Granthabrück gekommen. Eine große Schlacht hat hier gewütet. Kurs halten. Sehen wir nach, was sich sonst im Nebel verbirgt. Da ist noch ein Langschiff. Da ist noch ein Langschiff, Leute. Warte, gut, das kann... Jetzt stirbst du. Oha, der... Hat dir gerade richtig eine gegeben. Die Klinge ist gut. Wir lassen uns nicht beirren. Ich weide dich aus. So muss er es. So war kann ich nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Sollten auf jeden Fall mal blündern hier. Kann ich mit ihm reden. Ist eure Jalskona in der Nähe? Nein. Soma wollte die Sachsen nach Osten locken, um sie auszulaugen und den Nebel abzuhängen. Okay. Köcher voll. Da ist irgendwo im Sinne von... Da ist ein Langschiff am Ufer. Ein dänisches. Na, kannst du da auch reingehen, bitte? Kann da nicht reingehen. Da ist irgendwo... Da ist irgendwo... Was siehst du da oben, Sühnen? Nicht viel, ist neblig. Das ist mein Schiff. Hier wohl eher, oder? Da ist doch so ein blauer Strahl. Wie ist ein Schlüssel? Ja, da ist doch was. Wenn ich denn so weit komme, ich weiß halt nicht. Ob der Adler so weit kommt. Ach ne, Rabe meine ich. Steht auf jeden Fall jemand. Jetzt lädt das extra an? Ich wollte gerade sagen, hey. Dann schön wird weg. Ich finde so, man spricht mit ihr. Ja. Ah, hier im Sumpf ist das nicht so einfach, Kollege. Da ist das auch mal ein bisschen flacher. Ah, das ist nur so ein Dings. Ist auf jeden Fall nicht das, was wir suchen. Wobei es heißt ja, Richtung Osten ist die geflogen. Hier ist auch der... Da ist auch das Kloster. Oha, was ist das denn für welche? Die haben einen Totenkopf, als... Alter, das ist ein Wikinger. Barbaren sind das? Weg mit dem Dreck! Lüttere Barbaren, Leute. Waffenknecht. Waffenknecht. Stärkt das eigentlich meine Mannschaft irgendwie, wenn ich durchs Horn blase? Barbarin, Leute, im Barbarendorf. Interessant. Du gehörst Odenk. Eine Jägerhose. Wie ist das gerade? Irgendwas mit Hilfe? Ge-Mini-Nerd, Alex, herzlich willkommen. Ich will fahren ein bisschen stärker, die Dudes hier. Scheiß Foto-Modus immer. Ich würde sagen, ach ne, hier ist noch was. So, ab zum Schiff. Na, komm, fahr doch mal jetzt. Aber wir sind ganz schön weit aufs Dings gefahren. Aber wo sollen die jetzt sein, Leute? Wo sollen die jetzt sein? Finden wir die hier irgendwo... Ach, guck mal, hier. Da ist das Ziel. Hey, Hund. Boah, das ist doch... Doch, das ist das. Was? So weit weg? Komm, hier auf jeden Fall eine Schnellreise hinmachen. Wollen wir da auf jeden Fall Schnellreise machen. Und ich suche mich da im Dings ein ab. War das die ganze Zeit markiert? Glaube nicht. Verstehe ich nicht. Was? Hallo, Harry. Grüße. Läuft gut. Läuft gut. Ich suche hier gerade ein großes Herr. Aber wo denn jetzt? Guck mal, oben ist es zum Beispiel nicht ange... Hä, jetzt... Hä? Jetzt ist es wieder weg. Aber hier war's. Ich meine, da ist ja dieses Schiff. So, hier waren die Dudes. Hier waren ja die Dudes. Aber wo ist Soma? Also Soma ist ja hier nicht. Das verstehe ich eben nicht. Oder müssen wir den Toten folgen? Ah, das könnte sein. Hä? Oder auch nicht. Hänsel und Gretel mal anders mit dem Brotklumpen, oder was? Ja, das sieht gut aus. Hier sind ja überall meine Wikinger. Ah. Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Ekel. Sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eber an unserem ersten Tag in England? Festhalten. Neun. Groß. Und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja, das war... Ah! 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 Du kommst wie eine Walkya aus dem Nebel, aber du kriegst keine Toten. Du musst Zoma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Wir haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und deinen Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jalskonar von Granterbrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wiegmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine drei Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Granterbrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten. Mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Wer ist dieser Wiegmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder Aldermann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Granterbrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Granterbrück passiert? Der Aldermann Wiegmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Granterbrück. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Das haben wir gerade schon gesehen. Das haben wir gerade schon gesehen. Da ist auch ein Schlüssel. Da werden wir gleich mal gucken, dass wir den Schlüssel bekommen. Aber die finde ich ganz cool als Verbündete. Die sieht gut aus. So, hier war der Schlüssel. Hier steht, wozu der ist. Bleibt nicht viel Zeit. Höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Ein schöner Ausblick, ein Sonnenuntergang oder... Und so überlasse ich dir. Ich finde das Schlüssel... zu meinem Haus in der Hoffnung. Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. Boah, jetzt dachte ich schon, die fällt da runter. Und der Schatz hier wird es nicht sein. Dafür brauchen wir nämlich keinen Schlüssel. Er hatte gesagt, zu seinem Haus. Wer weiß. Ich weiß, was du gerade denkst. Was denke ich denn? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie. Nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Voll cool, dass sie damit reitet. Finde ich super. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch enttäuscht, wenn das nicht so gewesen wäre. Mich nervt, dass da oben der Dude markiert ist. Markierung wegmachen. Pferd kann nicht schwimmen. Stimmt, da war was. Hey, warte mal. Hä? Da drüben. Wie das jetzt auf einmal dann weg ist, auch komisch. Stimmt, da hinten. In den Ruinen. Hilf mir. Sei in meine Augen. Weil, dass man die nicht mehr noch nicht markieren kann, nervt mich. Ach, guck mal. Der hat sich hochgerettet wegen den Wölfen. Ah. Wölfe. Sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Also sie wirft erst mal direkt eine Axt. Da lacht Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aßfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab. Verschwindet. Digi, die sind schon längst tot. Du kannst runterkommen. Ach ne. Ah, sechs Wölfer. Wo sind hier noch welche? Was ist hier? die armen wölfe naja was soll ich machen leute ich kann es nicht ändern fressen oder gefressen werden heiro wir sind durch mit lillhobe ok aber wie komme ich da jetzt rein heiro sage ich immer harry meine ich jetzt komme ich da nicht rein kleine rune des lebens rüstung so tut man hätte die auch so töten können gar nicht du siehst furchtbar aus was ist geschehen die sachsen haben mich in den nebel gejagt geradewegs in ein banditenlager doch frei war auf meiner seite und ich habe sie zuerst gesehen bist du der einzige überlebende deiner mannschaft ja und ich bin selbst kaum noch am leben aber mit odins und freyas garlin ist ein sehr ernsthafter mensch ja und gottesfürchtig er trägt die götter in seinem kopf mit sich herum wie ein baum seine äste trägt er wirkt etwas schwermütig doch dank ihm sind uns die götter wohlgesonnen und das muntert den rest von uns auf was ist denn eigentlich ich sollte keine aufmerksamkeit trötet voll ins horn ich sollte keine aufmerksamkeit erregen ich habe mich schon entdeckt zu mir kino Ich wollte ja eigentlich mal gucken, ob man die Schadenszahlen ausrichten. Ich spürf du meine Frau! Da! Lee's Langschiff. Ich erkenne den Rumpf. Okay. Ja, genau. Ja, ich kann pfeifen. Und sie so voll offen da auf dem Feld. Sieht nach Ärger aus. Guck da mal nach jetzt. Jetzt kommt er. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. 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 Wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Hm. Ich fühle mich gut. Komm mit, Birna. Leif und Garlin sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Abel, triff uns dort, wenn du bereit bist. Danke, Soma. Ich hätte gern das da unten. Das ist so die Frage, wie wir mal da reinkommen. Ich gehe davon aus, dass man hier irgendwo tauchen muss. Guck mal da unten, das kann nur tauchen sein hier im Sumpf. Mein Opal. Jetzt findet er, jetzt findet man den Eingang. Man sieht viel besser, wenn man das macht. Hier ist nix. Aber wie sollst du da rankommen? Das muss ja irgendwo... Hier ist ein Gedicht über Birna. Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Genau hier unten. Hm? Was? Wunderbrust ist hier irgendwo so ein Loch, wo man dann da tauchen muss. Naja. Kurz mal weggesnackt. So, die sind wieder da drüben. Dann schwimmen wir da mal rüber. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wer ist denn neu im Chat? Ist jemand neu im Chat? Björn, du bist gar nicht mehr so oft da. Was ist denn da los? Ich vermisse dich voll. Deine dämlichen Kommentare... Äh, stören. Äh, stören sag ich schon. Fehlen. Boah, ich hab mich erwischt. Wie hab ich das denn gemacht? So, so mal. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leif, Birna und Garlin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden, nach all meinen Fehltritten. Sie werden dankbar sein. Erzähl nur, welche Art Anführer du von jetzt an bist. Hm. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du von jetzt an wieder eine gute Anführerin bist. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Garlin, du siehst... angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskuna. Leif. Kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Granterbrück. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Granterbrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Ich rieche Gemetzel, Leute. Ich rieche Gemetzel. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Nice. Garlin, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Alter Blue, Junge. Haut er einfach mal tausend Bits raus. Dankeschön, Digi. Vielen Dank. Piu, Piu. Muss ich dich jetzt bald Scharfschütze nennen, oder was? Lief. Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Dränger zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Lief. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Aus dem Moor gezogen wie Blutegel. Warte mal, einen gibt's noch da oben. Den dritten. Leute, das wird eine riesengroße Schlacht, denke ich. Du bist Birna. Und du bist Evor Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ach, da. Hast du's gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den Nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Evor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Was? Hä? Es sind ganz schön viele Lesbische hier, wa? Also nicht, dass ich damit ein Problem habe, aber fällt mir nur auf. Die andere da auch schon. Sie mögen alle auch weibliche Gesellschaft. So, sprich mit Sona und ab geht's nach Valhalla! Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Granterbrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zuhause. Ich kämpfe für Sigurd. Niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Oha Leute, der stellt sich quer, der Dicke. Was ist denn los mit ihm? So Leute, jetzt gibt's richtig große Schlacht, glaube ich. Jawohl! So Leute, jetzt geht's ab da, nicht? Hier ist schon das Kloster, Leute. Ah ne, da ist noch 1000 weg. Ich nehm's zurück. Man muss aufpassen, dass ich hier nirgends wo gegenfahre. Okay, wo ist der Treffpunkt? Wollen wir mal einen schönen Lead anstimmen für Valhalla. Das war knapp. Na, ich wollte hier eigentlich anlegen. Guck mal, hier sind sie doch. Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? Sei immer nicht so frech. So Leute. Krisch! Der Krisch ruft. Oh yeah, Baby. Versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Legmund weiß, dass wir kommen. Das soll er auch. Wiegmund. Du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Granterbrück zurück, Wiegmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Ha ha ha. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Bin fort. Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden. Wiegmund. Wiegmund. Ein letzter Versuch noch. Gib Granterbrück auf. Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha. Granterbrück gehört mir. Ich habe ihr das Sagen. Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schwärenden Wunde. Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine Eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge. Sondern mit Feuer. Also eigentlich ja mit Würmern. Oder Blutegel. Drei. Zwei. Eins. Bumm Junge. creepy. Ja,ülme. Angriff. Lass mich noch etwas argumentiert. Oke, das ist alles ziemlich schlecht. Weil da wieder den Kopf weg thyroid. Ja. So, Leute. Aufs Maul. Schön da durchbrettern, Alter. Haha. Du bist ne Ultra krass gut. Ja, das wollte ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber... Aber ich komme jetzt mittlerweile mit dem Kampfsystem doch ganz gut klar, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Bevor wir weitermachen, kurze Werbeunterbrechung. Ne, ich habe vier Fähigkeitspunkte. Die wollte ich schon gerne mal verteilen, ja. Kriterter Nahkampf, sehr schön. Attentatsschaden, leichter Nahkampfschaden, aber leichte Angriffe mache ich halt so gar nicht. Obwohl, doch mache ich. Das sind ja die R1. Machen wir das in den Rückenfallen mal. So, jetzt kann es weitergehen. Für Valhalla! Ach ne, für Odin, oder wie war das? Das ist das lange Haus. Kommt von den Seiten! Du gehörst hier! Du wirst zühnen! Oh, oh! 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 Sieh, ich wollte die Zahlen noch ausstellen. Erinnert mich mal bitte, Chad. Dass wir die Zahlen noch ausstellen wollen, wenn ich die Folge beendet habe. Nun bist du erledigt. Nehmt da noch einer? Da komm ich nicht rein, oder was? Wer ist er denn, Alter? Kurz mal, wie sie ihn anschreiten. Leute. Oh nein. Desenkt. So, Leute. Da sind wir wieder. Meister der Würfel abgeschlossen. Okay. Welche Quests auch immer das war. Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein. Er ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Granterbrück zurückerobert haben. Jawohl. Dieses Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Mal erst mal Energie mitnehmen. Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Wir dürfen blasen, Leute. Wir dürfen blasen. Das war jetzt aber nicht so spektakulär. Das war jetzt aber nicht so spektakulär. Das war jetzt aber nicht so spektakulär. Blut getränkt. Granterbrück gehört endlich wieder uns. Und morgen treten wir die Letzten von Wigmunds Feuerchen aus. Doch heute, heute Nacht feiern wir wie die Götter. Hey! Hey! Ach! Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin- und hergerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört. Dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Granterbrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen hundert oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Oh oh, Verräter. Glaubst du, es gibt einen Verräter? Das könnte eine andere Erklärung geben. Kann eigentlich nur einer verraten. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Garling oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir helfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Garling, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen. Plündere mit ihnen. Lerne sie kennen, so gut es geht. Und finde heraus, wer mich betrogen hat. Das ist ein guter Zufall. Äh, Einfall. Du stehst ihnen viel näher als ich. Wir sollten uns erst um Wiegmund kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Aber du kennst deine Krieger weit besser als ich. Unter uns, Eivor. Mein Herz ist betrübt. Ich liebe diese drei, als wären wir Geschwister. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Granterbrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Zwei Fähigkeitspunkte. So Leute, ich muss ja mal kurz loswerden. Ich finde es tatsächlich viel besser, dass wir jetzt die Frau da in dem Moment spielen. Dass das jetzt quasi zwei Frauen waren, die sich unterhalten haben. Als wenn ich jetzt den Mann gespielt hätte. Weil so ist das irgendwie inniger. Also so Frauen unter sich. So irgendwie, finde ich jetzt. Vielleicht spinne ich mir da auch einen zurecht. Aber ich finde es passt einfach gerade besser, als hätten wir einen männlichen Eivor. Finde ich. Finde ich. So, wir gucken mal. Hallo Enzo, willkommen im Stream. Grüße. Und hallo Power. Auch du herzlich willkommen. So, wir haben auf jeden Fall neue Socken. Ah, die sind auch besser. Wobei die sind schlechter am Ausweichen. Aber besseren Rüstwert. So, und dann haben wir noch ein neues Schild. 50, 39, 47. 50, 39, 47. Ja, aber das ist noch nicht aufgewertet. 56, 47 bleibt. Ah, ne, das ist besser sogar. 49 bleibt. Tempo ist auch 49, 47, äh, was? 49, 73, 12. Ja, das hier ist ein Müh, ein Müh besser. Und manchen aber auch schlechter. Naja. Und Fähigkeiten haben wir. Schleichangriff. Wo gehen wir denn mal weiter, Leute? Wo gehen wir denn mal weiter? Handwechsel finde ich halt so dämlich. Aber das könnte man auch überspringen einfach. Betäubung. Und dann kriegen wir das da unten. Dem Tod von der Schippe. Wenn du ausweichst, kurz bevor du getroffen wirst, werden deine Sinne geschärft und alles um dich herum scheint für kurze Zeit langsamer. Oh, das ist natürlich auch nice. Das ist natürlich auch nice. So. Oh, wir können hier Bier, Trinkspielgedöns. Lumpas Mami, Alter. Ne, mach ich aber nicht. Lumpas Mami. So, Leute. Ey, wir können ein Trinkspiel machen. Werden wir gleich mal reinhauen hier. Komm ran, Junge. Ich trinke dich unter den Tisch. Willst du dich mit mir messen? Oh, yeah. Schütte schneller runter als ich. Dann gewinnst du. Machen wir. Willst du die Wette eingehen? Dann leg dein Silber auf das Fass. Wir machen... Wir sind mutig, Leute. Hohen Einsatz. Was lohnt sich? Scheiße. Hoch die Hörner. Los doch. Oh, oh. Oh, oh. Der soll sich mal verschlucken. Nächster Halt ist der Boden. Weil die müsste doch mal ihren Magen auch trainieren. Und so öfter die das spielt, umso getrainierter müsste die doch werden. Das wird ein leichtes Ding, Leute. Das haben wir in der Tasche. Im Sack, Junge. Im Saufen kenne ich mich aus. 400 Silber. Läuft. Gleichfalls. Dieses Geld. Ist richtig voll, Alter. Da oben ist ein Schatz. Ich kann fliegen. Komme ich denn da drüben überhaupt irgendwo hoch? Oder muss ich hier lang irgendwo? Nee, geh mal da lang. Ich hätte doch einfach auf der anderen Seite hochklettern können. So ist nicht, aber... Tina ist jetzt grün. Ach du Scheiße. Oh, falsch abgebogen. Und nicht doch da... Achso. Oh, Vorräte. Nice, das ist gut. Das ist gut. Und meine Augen haben mir noch was entdeckt, Leute. Meine Augen haben mir noch was entdeckt. Auf dem Markt wird schon wieder Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Das meine ich natürlich nicht. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Und wo genau? Nordöstlich von hier am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Ja, vielleicht ist es nicht mehr da. Keine neue Information. Ne, zu dem wollte ich nicht. Ich wollte zu dem hier. Zu dem hier, Leute. Hast du Lust auf eine Runde, Erlöck? Ah, Erlöck. Das Spiel kenne ich gut. Erlöck. Dafür braucht man Geschick. Oder Glück. Wie wär's? Easy going. Lass uns spielen. Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Erlöck, Leute. Erlöck. Ich bin Erlöck-Meister. E-Sports ready bin ich. Oh, ich hab neun. Guck. Ja, Mann. Erlöck, Profi. Kopf. Wir bleiben bei Kopf. Da ist das Ding. So, den haben wir schon mal gewonnen. Ha. So. Ja, wir gehen volle Kanne auf Dings wieder. Zimtkissen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen, äh, Host. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Was macht er denn? Geil. Erstmal. Erstmal alle drei von ihm geklaut. Ich könnte blocken, aber blocken mach ich nicht. Nö. Attacke. Hallo, Mütze. Willkommen im Stream. Grüße. So, Leute. Erstmal hier schön wegmachen, den Typen. Alle drei Dinger geklaut. Easy going. So, wir gehen, wir gehen direkt nur auf die Dinger. Ich mein, acht Schaden mit einmal. Ohne, dass er das blocken kann. Was Besseres kann mir gar nicht passieren. Ja, zack, zack. Klauen. Der geht ja auch nicht auf Angriff, der Typ. Der geht auch nur auf Klauen. Wir klauen uns gegenseitig die Dinger. Zimtkissen, was habt ihr gezockt? Easy. Lul. Drei Sachen von ihm geklaut. Oh ja, wir können auf jeden Fall. Acht Schaden machen. Gib ihm. Gib ihm böse. Und acht Schaden. Feuerwerk. Der Sieg gehört so gut wie mir. Nicht schlecht. Ist das in-game-mini-Spiel? Ja, ist richtig lustig, Mütze. Also, es macht echt Spaß. Wenn man es verstanden hat, ist das richtig geil. So, wir klauen wieder und wehren ab. Und weiter geht's. Ich hab kurz gebraucht, um reinzukommen ins Spiel. Aber es ist wirklich geil. So, einmal angreifen. Neu würfeln. Ja, wir wehren beide gegenseitig ab. Das muss er aber abwehren. Ja, ich krieg... Ich greife ihn sogar zweimal mehr an. Wie, was ignorieren? Der hat einen neuen Gott, Leute. Zweimal Pfeile ignorieren. Hä? Ah. Ah. Verstehe. Das wird mich auch geil. League of Legends, Teamfight, Tactics. Ah, okay. Aber hab seit gestern leider Internet... Hatte ich auch, Digi. Bei mir sind sie seit heute weg wieder. Im Upload hatte ich mega Probleme. Lass es dir zu Weihnachten schenken. Das Spiel hier... Er klaut mir zweimal. Ich klau aber auch zweimal zurück. Das heißt, wir können ihn... Oh nein, bin ich dumm. Ich hätte ihn schon Game Over machen können. Naja. Vielleicht hab ich dich besiegt. Ich hätte ihn schon längst besiegen können. Ich hab mich verklickt. Ich hab aber statt X hab ich 4 gedrückt. Naja. Naja, komm. Nächste Runde. Aber der ist leicht gewesen, tatsächlich. Also der war echt easy. Ich bin bei Vodafone. Das sollte reichen. Also Kabel Deutschland, also... Jetzt Vodafone. Ah, den haben wir easy im Kasten. Den haben wir easy im Kasten. Zack. Acht Schaden, Junge. Ah, er hat noch gekämpft. Er hat noch gekämpft. Aber das kann er nicht mehr. Acht Schaden bei drei Leben. Kriegt ein Real Life noch eine geklatscht. Ich werde immer besser. Das darf nicht wahr sein. Ich fordere dich nochmal heraus. Ne, ne, Dickie. Ich muss los. Mir reicht's fürs Erste. Sehr schön. Guck mal, wir haben wieder ein Dings gekriegt. Urlis Treffsicherheit. Okay, das ist halt nice mit der Treffsicherheit. Das find ich halt richtig gut. So, dann haben wir hier noch... Was ist denn das mit dem Papier? Das kennen wir noch nicht. Das gucken wir uns nochmal kurz an. Oder ist das nur wieder so ein Blattjagen? Aber eigentlich sind das ja immer Läden. Oh, was denn? Ah, es ist wieder das Blattjagen. Na, geh mal hoch. Du, er spielt dir da quasi Skills. Ja, neue Götter quasi, ja. Ja, also ja, Skills sozusagen. Verfolge das Papier, äh, dem Papier. Verfolge das Papier. Von Deutsch her gut. Warte, wie lange fliegt das denn? Ich dachte, das wäre so eine kurze Aufgabe. Oh. Wo ist es hin? Da unten? Da hinten fliegt's noch. Oh, nee. Schade. Ah, hier ist noch ein Rap-Battle, Leute. Rap-Battle machen wir auch noch kurz. Rap-Battle machen wir auch noch kurz. Das ist mal Grund im Boden gedisst hier. Hallo Nemo, willkommen im Stream. Da ist er. Du willst Rap-Battle? Oder da drin. Tür verschlossen. Ich glaub, das ist sie hier. Du, Danin, komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus. Aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose. Der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Granthabrück, Schirr. Oh. Ein Spottstreiter. Mir nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Klar. Dann zeig mir diesen Gesichtslosen. Was? Oh Gott. Du bist überaus mutig. Oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergalshöhle, die du hier vor dir siehst. Das Haus hier? Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh. Geh nur. Möge Gott mit dir sein. Elli, weil ich das cooler fand. Sieht dirty, dirty mäßig aus. Mit schwarzen Haaren. So, wo ist er? Hä? Ein neues Opfer. Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen herauszufordern? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan. Meine nächste Mahlzeit. Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal gesichtslos. Und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht. Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling. Und wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hm? Ähm, hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Klar. Oh, scheiße. Mund lieber zu. Ja, machen wir das. Nur dein Taktgefühl fehlt. Lass den Mund lieber zu. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenne ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Äh, der Sieg gibt mir einen Schub. Und du bist dumm. Du hast keinen Mumm. Deshalb bleibst du jetzt stumm. Kabumm. Und du Klaus rappst nur Hausmaus. So. Denkst du wirklich, dein Labern bringt jemanden um? Das sagst du? Du krauchst hier in der Höhle herum? Ach, wie peinlich du bist. Ich besiege dich gleich krumm. Was? Das sagst du? Du krauchst hier in der Höhle herum. Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf meinen tödlichen Endreim gefasst. Ich mach den besten Zankspott. Und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Ich bin tierestark. Erschüttere dich bis aufs Mark. Weil ich dich jetzt hier schlag. Ich glaube nicht, dass du mich schlagen kannst. Begabte, egal. Was? Du bist kein begabter Schmutter. Du kannst aufhören, wir sind fertig. Also, ehe ich noch mehr von dir höre, gehe ich lieber gleich selbst in mein Grab. Du, ich, äh, warte ganz kurz. Ich, äh, ich brauche einfach noch kurz Zeit. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich, äh. Fergal? Hallo? Da rennt er weg. Haben wir verbessert, Leute. Haben wir verbessert. Wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Wie auch immer, wir gewonnen haben, aber wir haben gewonnen. Das war irgendwie zu dumm. Das war definitiv richtig dumm. So, okay. Einmal probiere ich jetzt hier diese Schriftrolle noch. Der hat wohl zu viel gebechert, der Gude. Geh doch mal hoch da jetzt. Komm. Vorhin konnt er doch da auch, konntest du doch da auch hoch. So, du blöde. Du blöde Seite. Jetzt komm her, hier. Gehst du dir jetzt immer hoch? Das Gute ist, ich weiß, dass ihr hier lang macht. Tattoo in Vorhof erhalten. So, Leute. Aber bevor wir weitermachen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten YouTube-Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.